Hallo und Herzlich Willkommen bei SwissLights. Heute geht es um diese Philipp Citywide, Citywide, CDU, DG, 828. So habe ich für die mal eine Verpackung gemacht, die war original in der B-Gang. Und zwar gibt es Leiden bei der Knie. Komm raus. Ja. Und zwar gibt es eine traurige Nachricht. Und dann funktioniert sie leider nicht mehr. Sie geht immer wieder aus. Schaut. Er möchte sie hochfahren. Und dann geht sie wieder aus. Das bedeutet, sie ist leider kaputt. Ja. Ist halt scheisse. Aber ja. Hier funktioniert sie nicht mehr. Hier funktioniert sie nur noch teilweise. Das war's mit dem kurzen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich wollte noch sagen, wir haben 48 Abos. Also explodiert und drückt den Abo-Button. Wir haben bald die 50 Abos. Jui.